Der Vorteil eines refraktiven Linsentausches ist, dass wir nicht nur Fehlsichtigkeiten beheben können, das heißt Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung, Astigmatismus, sondern Patienten, die an Alterssichtigkeit leiden, können wir mit Speziallinsen auch eine gute Ferne, eine gute Nähe und ein gutes Intermediär sehen, also eine mittlere Distanz sehen, ermöglichen. Das heißt, dass der Patient nach der Operation im besten Fall seine Gleitsichtbrille oder seine Lese- und Fernbrille nicht mehr benötigt. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei Eileser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen. und sie Taken auf ㅎ 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2